LUTCHEST! Yay! Willkommen Leute! Wir haben heute einen den Schaden, ja. Ob es geschnitten ist oder nicht, das wissen wir noch nicht, ist aber egal. Ich dachte, ihr müsst mich immer bei der LUTCHEST alleine ertragen. Haltet ihr für den cuten Boy. Auch noch ertragen. Und heute sind wir so professionell, ich hab sogar einen Kameramann. Ja, wir sind Bonzen. Ja, ich kann es mir jetzt leisten vom YouTube-Money. Ich verdiene zwar keins, aber ich kann meinen Kameramann leisten. Keine Sorge, keine Sorge. Wir wissen alle, dass YouTube-Money marginär ist. Und dann kriegen wir also so viel Geld, wie wir wollen. Der gute Junge hat sich schon aufgeschnitten. Alles gut, ja. Dann müssen wir diesmal nicht gleich mit dem Scheiß Messer hinkommen. Weil Kinder dürfen nicht mit Messern spielen. Und wir beide müssen vorbildlichen Content produzieren. Das wisst ihr. Ein kleiner Fun-Fact. Wir haben das mit irgendeinem Kam aufgemacht. Ja, mit einem Kam. Irgendeinem Scheiß. Wir sind dumm. Mach auf. Ja, stimmt, erst würden die anderen schauen. Erstmal reingucken. Das reinfüllen, wenn du willst. Dankeschön. Wir haben jetzt ein ganzes Kamerateam. Stimmt, du darfst ja auch nicht gucken. Ja. So, Katze, du kannst gucken. Ich bin schon gar nicht im Bild, oder? Das ist mir egal, ob du im Bildest oder nicht. Das Heft ist doch harter Spoiler. Flugbuch. Nein, ich mach immer nur die erste Seite auf. Weil sonst ist es unguck. Ah, stimmt. Steht sowieso nur das gleiche. Ah, stimmt. Da immer drin. November. Die November-Loot-Chest. Aber ich glaube, ich war hier jetzt schon anhand der Vorderseite gespoilert. Borderlands. Ja, Borderlands, Fallout. Borderlands. Okay, cool. Also hat es irgendwas mit Borderlands zu tun diesen Monat. Ja, bestimmt so, wie heißt das? Opferzeit-Apokalyptisches. Irgendwie sowas. Ähm. CD. CD? CD. Oh! Oh! Gaming-Soundrakes, meine Lieben. Geil. Da ist echt tolle Lieder dabei. Geil. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Street Fighter 2. Geiles Teethin. Geil, Mann. Castlevania. Megaman. Tetris. Das ist cool. Street Fighter. Geiles Zeug. Super Shit. Warte. Geiler Shit. Bitteschön. Das ist schon raus. Jetzt darfst du mal reinlangen. Okay, komm. Wenn dann schon richtig. Immer schön perfekt sind. Alter, was ist das für eine riesen Scheiße, die ich durfte. Okay. Ah! Guck mal. Ghostbusters aussieht. Das ist cool. The X2-1. Geil. Uh. Sieht doch ganz alt aus. Who you gonna collect? Mann, ist das ein schlechter Witz. Okay. Ernsthaft, Lodscherst. Ernsthaft. Wie schlecht ist der Witz? Nice. Würde ich sagen. Ghostbusters Ban. Aber ist cool. Man muss sagen, es sieht echt cool aus. Ah. Ist cool. Geil. Aber sonst sehr unspektakulär. Da war der Gaming Soundtrack irgendwie besser. Seht ihr? Uh, just exklusiv. 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 Also nicht aufmachen, sonst verliert es einen Wert. Ja, das muss ich verkaufen. Okay. Was ist das? Uh. Oh, Fallout 4, der Pipboy. Fallout 4. Der geile Pipboy. Natürlich. Fallout 4 ist jetzt rausgekommen. Fallout 4 werden. Ja. Wie das letzte Mal, wo ich gesagt habe, ganz viel Star Wars Stuff. Star Wars kommt im Dezember. Welche müssen wir da fallen? Ein cooler Shirt, wollte ich sagen. Witzig. Du das wieder. Ach ja. Achso, gib mir. Bitte. T-Shirt. Ein T-Shirt. Ah, von... Das ist von Claptrap zusammen mit dem Pipboy praktisch. Kennt ihr Claptrap? Das ist aus Borderlands. Das Viech. Weißt du was? Das sieht cool aus. Wir machen das ganz, ganz schön. Ja, ja. Erst mal aufmachen. Achso, stimmt. Ich habe jetzt letztes Mal auch ein T-Shirt gekriegt. Claptrap. Hier. Ja. Das ist saucool. Jurassic World, gell? Ja, ja. Ja. Das ist eine Mischung aus Fallout 4 und Borderlands, also. Das erkennt man schon an der Farbe, ne? Ja. Ah, Bald Hunter, ja, das ist cool. Das ist saucool. Richtig cool. Es war viel zu groß, aber das ist okay. Ja. Ihr wisst, nächstes Mal gibt es wieder dieses T-Shirt. Nächstes Mal gibt es das T-Shirt. Nächstes Mal ticht das T-Shirt an. Ich habe den Kameramann gewinkt. Hi. Hi. Er traut sich nicht zu sprechen. Ich habe irgendwas Großes in der Hand. Oh. Star Trek. Der Guide durch die Star-Trek-Romanwelten. Star-Trek-Roman. Ich wusste ja nicht, dass es sowas gibt, aber... Warte, das ist doch gerade alles in Richtung... Science Fiction? War das noch nicht so Science Fiction alles bis jetzt? Relativ. Ja, gell? Also Fallout. Fallout ist nicht so Science Fiction. Die CD auch nicht wirklich. Ja. Was hat es hier verloren? Ich weiß auch nicht. Das ist kein Comic. Ich habe mit einem Comic gerechnet. Ich bin enttäuscht. Ja, da denken wir auch noch auf die Lesen. Nerds lesen nichts. Wir lassen lesen. Ah, warte. Gibt es noch was? Tatsächlich. Was ist das? Wie viel gibt es denn noch? Nichts mehr. Nichts. Ja, tatsächlich. Das ist das letzte. Das sind so ganz viele Kleinigkeiten. Oh, okay. Ah, okay. Jetzt haben wir hier einen Spitzer von... Oh, okay, warte. Marblespitzer. Marblespitzer. Genau, ich muss hier noch kurz zu machen. Marble... Ah, Marbles... Stoff. Ja. Marblesstoff. Das ist ein Kuli. Ein Kuli. Ein Kuli. Nein, das ist ein Bleistift. Vollidiot. Marbles. Das ist ein Kuli. Das ist ein Kuli. Das ist ein Kuli. Das ist ein Kuli. Von Marble. Und ein Bleistift von Marble. Kein Kuli. Bleistift. Merke ich. Bleistift. Und wir haben... Warburgs. Warheads. Extreme Sour. Ich weiß, was da auf uns zukommt. Äpfel. Und es sind genau zwei. Sollen wir vor der Kamera essen? Ja. Bist du grün oder du wirst blau? Ja. Bist du grün oder du wirst blau? Blau ist mein Liebesfeld. Also du hast Rapsberry und ich hab Apfel. Das wird nice. Moment. Ich guck mal kurz. Okay. Box ist leer. Ihr werdet jetzt live. 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 Uns leiden sehen. Das sieht gut. Moment. Nies mich auch. Giftig, ne? Räuchte. Räuchte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Wo soll ich die blaubeeren? Ich leide. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, jetzt kommen die blaubeeren. Oh. Oh oh, oh oh. Krohnall Weilign Under Out. Oh oh. Oh oh oh, oh oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh oh oh, oh. Hof required Το-F